Disco Fox FM, hier ist dein Webradio für Musik mit Gefühl. Ich hab's euch versprochen, wir haben es euch versprochen, schon seit Wochen steht es fest. Wir machen ein Interview heute mit der Gruppe Herztattoo. Ja und dann sag ich mal, hallo Wolfgang, herzlich willkommen hier bei Disco Fox FM. Hallo Mick, hallo Hörer von Disco Fox FM. Vielen Dank lieber Mick für die Einladung, das freut mich und ehrt mich sehr, dass wir heute hier im Gespräch sein können. Ja, da freue ich mich natürlich auch richtig drüber und schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Oder du lieber Wolfgang, Christian kann jetzt heute leider nicht mehr dabei sein, denn Christian hat heute Geburtstag und gleich steht ihr ja auf der Bühne. Ja, dann kommen wir gleich zu meiner ersten Frage und zwar, seit wann gibt es eigentlich die Gruppe Herztattoo? Ja, Herztattoo gibt es seit 2016, April 2016. Nach einjähriger Vorbereitungszeit ist dieses Projekt eben aus den Ausreisern entstanden und jetzt sind wir eben seit etwas über einem Jahr eben live on tour. Ja, das klingt ganz gut. Und wann habt ihr beide denn angefangen zu musizieren? Das ist glaube ich eine Frage, die interessiert jeden von uns. Wir beide musizieren schon, haben im Kindesalter schon begonnen. Ich war glaube ich fünf, als ich mit der Blockflöte begonnen habe, hatte ich dann gezogen über Akkordeon, Schlagzeug habe ich dann mit acht begonnen und bin da viele Jahre Unterricht gegangen, habe auch dann viele Jahre bei Nordwand der Schlagzeug gespielt. Der Christian hat auch im Kindesalter begonnen, viele Instrumente natürlich versucht und probiert, ja, also wirklich schon als Kind begonnen. Ja, das ist ja schon ziemlich früh. Dann würde mich interessieren, wie habt ihr beide euch eigentlich gefunden? Wir haben uns bei den Proben für eine Firmenfeier kennengelernt, für die wir einzeln engagiert worden sind, für eine, ja, Vier-Mann-Gruppe damals, war nur für diese Firmenfeier und daraus ist dann später eben Freundschaft entstanden und dann eben Herz-Tattoo, so wie wir es kennen. Super. Eure erste gemeinsame Single, Highlight, war überraschenderweise direkt in die Radio- und DJ-Charts eingestiegen. Habt ihr damit gerechnet, dass die Single so einschlägt und wie habt ihr euch dabei gefühlt? Ja, Highlight, dass eine Nummer einschlägt, das kann niemand voraussehen. Eins ist natürlich Fakt, wir sind ja beide schon länger im Geschäft, ich mittlerweile im Profigeschäft seit, oh, sind ja schon 15 Jahre jetzt und da hat man natürlich schon gewisse Voraussetzungen, dass eine Nummer vielleicht funktionieren kann. Den Brief dafür hat man nie, natürlich kann auch niemand versprechen, aber ist natürlich immer sehr spannend und freut uns sehr riesig, dass diese Nummer so funktioniert hat. 2017 habt ihr dann noch einen oben drauf gesetzt und eure zweite Single veröffentlicht 50 Dates der Leidenschaft und schafft es mit dieser Single bombt auf Platz 1 der offiziellen Austria Part und Schlager-Charts. Was glaubt ihr, ist der Grund dafür, dass diese Single so eingeschlagen hat? Ebenso wie bei Highlight, 50 Dates der Leidenschaft, dass das wirklich Nummer eins geworden ist in den österreichischen DJ-Charts und den Partyschlager-Charts, da sind wir natürlich mega stolz drauf und haben jetzt auch nicht so damit gerechnet. Wie gesagt, das kann man nicht vorhersehen und kann man auch nicht planen, aber es ist natürlich eine Riesenehre, hier vorne mitspielen zu können und zu dürfen und bedanken uns natürlich auch bei allen DJs, die uns hier unterstützen und spielen, denn ohne diesen DJs wäre das auch nicht möglich. Das ist eine Win-Win-Situation. Der DJ braucht gute Musik. Wir versuchen, gute Musik zu machen und wir brauchen die DJs, dass unsere Musik gespielt wird. Genau so sehe ich das auch. Wenn man bei seinem Publikum so beliebt ist, wie ihr es seid, dann denkt man ja gewiss auch weiter und plant ein erstes oder weiteres Album. Wie sieht es denn bei euch aus? Ist da was in naher Zukunft geplant? Ja, natürlich steht ganz, ganz viel auf dem Plan. Die nächste Single wird Anfang September veröffentlicht. Ist schon ziemlich alles im Kasten, also kurz vorm Fertigwerden. Beim Album, da sind wir natürlich ganz, ganz fleißig. Das ist noch in Arbeit. Ich schätze nächstes Jahr, also Anfang nächsten Jahres werden wir auch das Album dann veröffentlichen und da freuen wir uns schon riesig drauf. Also es sind schon einige Titel da, die wir geschrieben haben und ja, wird spannend. Ja, ihr seid ja beide Komponisten und Texter. Wie sieht es denn bei euch aus? Wer schreibt bei euch die Titel oder die Songs, wie man sagt? Ja, wir schreiben natürlich so viel wie möglich selbst. Highlight und Fifty Dates der Leidenschaft haben uns Komponisten und Texter geschrieben. Wenn natürlich eine Nummer wirklich zu uns passt und wir uns damit identifizieren können, dann nehmen wir auch gerne etwas an von anderen Komponisten und Textern. Natürlich, wieso auch nicht, wenn der Titel gut ist. Sonst schreiben wir natürlich viel oder so viel wie möglich selbst. Auch die nächste Single, die wie gesagt im September veröffentlicht wird, die kommt dann aus eigener Feder. Das klingt doch ganz gut. Schreibt oder komponiert ihr auch für andere und wenn ja, für wen zum Beispiel? Dass wir für andere schreiben, das kommt natürlich auch vor. Hauptsächlich schreiben wir momentan eben für das Projekt Herztattoo. Ja, und Herztattoo ist ja auf dem Weg. Ganz, ganz nach oben. Zwei Singles habt ihr ja schon veröffentlicht und deswegen würde mich interessieren, ihr könnt beide schon auf viele Jahre Bühnenerfahrung nachweisen. sozusagen schon von klein auf. Wie ist das bei euch? Sind eure Auftritte mittlerweile zur Gewohnheit geworden oder seid ihr immer noch nervös wie am ersten Tag, bevor ihr die Bühne betretet? Ja, Gott sei Dank können wir schon auf viele, viele Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken. Bei mir sind es jetzt schon über 25 Jahre. Ja, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber mir war das schon im Kindesalter, wie gesagt. Natürlich hat man heute dann noch Lampenfieber. Da gibt es immer wieder so besondere Momente, besondere Auftritte, wo man dann wirklich nervös ist. Natürlich bei dem ein oder anderen Auftritt ist das vielleicht nicht so, aber diese Momente gibt es nach wie vor. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das habe ich auch schon von ganz anderen Künstlern gehört und sie sagen ja immer wieder, Lampenfieber gehört eigentlich auch so ein bisschen dazu. Ohne Lampenfieber, dann ist es einfach nicht mehr das Richtige. Wenn man sich auf eurer Homepage die Termine für dieses Jahr anschaut, dann stehen da durchweg Auftritte in Österreich, da wo ihr eigentlich auch herkommt. Wird es auch Auftritte in Deutschland und Nachbarländern geben, die jetzt noch nicht auf eurer Homepage stehen? Ja, das ist richtig. Derzeit sind die meisten Auftritte noch in Österreich. Das liegt auch daran, dass Herz-Zutu erst ein Jahr alt ist. Aber Deutschland ist angepeilt und steht ganz groß auf unserem Plan. Ja, da freuen wir uns. Und gibt es denn einen bestimmten Ort, wo oder eine Veranstaltung, wo ihr sagt, da möchten wir gerne mal auftreten, da wäre quasi das Highlight unserer Karriere. Oh, da gibt es ganz, ganz viele Veranstaltungen, wo wir gerne dabei sein möchten. Der Terminkalender soll ja nächstes Jahr noch voll werden. Aber ich glaube, für jeden, der Schlager macht, der in unserem Genre unterwegs ist, ist natürlich die Sendung mit Florian Silvereisen ein ganz großes Patchmarkt. Eine der wenigen Sendungen, die es noch gibt. Und da will bestimmt jeder mal gerne dabei sein. Ja, dann drücken wir euch dafür doch mal ganz, ganz fest die Daumen, dass das vielleicht auch mal irgendwann klappt. Und wie kam man denn eigentlich auf den Namen Herztattoo? Habt ihr damit bildlich gemeint, dass ich eure Musik zum Beispiel in die Herzen der Fans verewigen soll? Ja, Bandnamen. Wie kommt man zu einem guten Bandnamen? Das ist immer so eine gute Geschichte. Wir hatten eine ganz, ganz lange Liste. Alles zusammengeschrieben, was einem nur so einfallen kann. Und übrig geblieben ist dann eben Herztattoo. Damit kann man sich identifizieren. Man wird auch nicht gleich in eine Schublade gesteckt. Nicht einfach Musik, die sich wie ein Tattoo ins Herz einprägt. Und ich glaube, nein, ich glaube nicht, ich bin mir ganz sicher, dieser Name passt ganz gut zu uns und liegt auch im Geist der Zeit. Genau. Und ich glaube, mit diesem Namen habt ihr natürlich auch voll ins Schwarze getroffen. Was erwartet denn die Fans auf der Bühne, wenn Herztattoo auftritt? Ja, was erwartet die Fans oder die Zuhörer bei einer Herztattoo-Show? Im Grunde genommen geht es nur darum, wir wollen gemeinsam irgendwie etwas, ja, wir wollen eine gute Zeit gemeinsam verbringen. Wir versuchen auch, das Publikum immer irgendwie in das Ganze zu involvieren, dass wir wirklich gemeinsam alle in diesem Raum einfach eine super Zeit haben. Und ich glaube auch, es geht um gar nichts anders in dem ganzen Geschehen. und das ist das Wichtigste für uns, dass jeder da rausgeht und sagt, wow, war ein cooler Abend, hat uns gut gefallen und wir kommen wieder. Ja, und ich glaube, das hört man gerne und gerade auch, wie gesagt, in Österreich, da wird ja der Schlager auch ganz, ganz groß gefeiert. Meine nächste Frage, die lautet, wie schaut es eigentlich bei euch musikalisch in der Zukunft aus? Werdet ihr nur eigene Songs singen oder denkt ihr auch über Cover-Versionen nach? Also bezüglich Cover-Titel, wir werden ganz bestimmt vor allem am Album oder die nächsten Singles, wir werden natürlich versuchen, alles selbst zu komponieren und zu schreiben. Natürlich, wenn jetzt ein Songwriter kommt, hey, ich habe hier einen mega Titel, der passt für euch und wir sehen auch, okay, das ist ein super Titel, der passt für uns, werden wir den wahrscheinlich auch machen. Jetzt Covern, natürlich gibt es Titel, wo man sagt, oh, es ist ganz toll, wenn man den jetzt wirklich neu aufnimmt, mit dem neuen Arrangement hier macht, werden wir wahrscheinlich bestimmt nicht Nein sagen, aber grundsätzlich wollen wir natürlich unsere eigenen Titel auf CD bringen und im Live-Programm haben wir natürlich auch Cover-Sachen drinnen, da machen wir einfach, meistens ist es so, dass wir unsere eigenen Versionen ein bisschen daraus machen und das funktioniert auch ganz gut und wir sind auch in der Lage, ja, uns gibt es jetzt ein Jahr, natürlich haben wir von der alten Geschichte von Ausreißer diese Titel, Cinderella, nur für dich, sage, dass ich sie liebe, die spielen wir, haben wir alles im Programm und natürlich auch ein paar Cover-Versionen, irgendwie, wo man sagt, ah, das ist cool, das gefällt uns, das machen wir dann einfach so ein bisschen auf unsere Art und so gestalten wir hier auch das Programm rund um Herz-Tattoo. Wir versuchen ja hier bei Disco Fox FM auch immer wieder Stars irgendwie an den Mann zu bringen, ich habe es damals auch bei, ich komme jetzt gerade gar nicht mehr auf den Namen, also bei anderen Künstlern gemacht und wir geben ihnen ja natürlich auch immer die Möglichkeit zu sagen, wenn zum Beispiel jetzt alleine schon durch das Interview vielleicht irgendjemand Interesse gefunden hat, die Gruppe Herz-Tattoo aus Österreich zum Beispiel auch hier in Deutschland zu buchen, dann stellt sich die Frage, wie oder wo kann man das machen? Könnt ihr uns da Auskunft drüber geben? Also Herz-Tattoo buchen ist derzeit ganz unkompliziert, man macht das über die Homepage www.herztattoo.com da findet man die Kontaktdaten, ja im Grunde genommen kommt man derzeit direkt zu uns selbst oder man schreibt uns über Facebook an, kein Thema und da vereinbaren wir einfach einen Termin. Das klingt ziemlich simpel und einfach. Gibt es Ausnahmen, wo ihr sagt, da treten wir auf gar keinen Fall auf? Ähm, ja, gibt bestimmt die eine oder andere Veranstaltung, wo wir bestimmt nicht auftreten, fällt mir aber jetzt auf die Schnelle keine ein, da gibt es bestimmt mehrere, ja einfach, wo wir nicht hinpassen, ja, es muss schon, es muss schon um Schlager gehen und wir wollen natürlich auch etwas Niveau haben, also da bestehen wir drauf. Ja, das kann ich ganz gut verstehen. Wenn man euch oder wenn man euch jetzt zum Beispiel auf Facebook anschreibt, so habe ich das ja auch gemacht, ähm, sind die Antworten dann von euch selber oder sitzt da irgendwo ein Team hinter, welches eure Post beantwortet? Ja, wenn man uns auf der Facebook-Seite oder Twitter anschreibt oder auch auf der, über die Homepage uns anschreibt, da stehen wir dahinter, werden auch wir antworten, da gibt es jetzt insofern noch kein Team, man weiß nicht, wie das in Zukunft ausschauen wird, aber derzeit schreiben wir zurück, wir sind auch privat mit unseren, ja, bürgerlichen Namen auf Facebook vertreten und nehmen auch gerne Freundschaftsanfragen an und freuen uns natürlich auf jede Anschrift und versuchen die auch selbst persönlich dann zu beantworten. Ja, ich glaube, das interessiert unsere Hörer natürlich ganz, ganz dolle, denn es ist ja immer so, es gibt ja auch andere Künstler, wo dann ganz einfach ein Team hintersitzt, welches dann zum Beispiel die Post beantwortet, naja und das finde ich dann ziemlich unpersönlich. Gut, wir kommen zur nächsten Frage und da würde ich euch gerne fragen, wie steht ihr denn zu euren Fans? Stellt euch folgende Situationen vor, ihr sitzt zum Beispiel privat abends in einem Restaurant mit eurer Familie und wollt einen entspannten Abend haben und ihr werdet erkannt und zwei oder drei Fans erkennen euch und möchten ein Foto oder Autogramm von euch haben. Wie geht ihr mit dieser Situation um? Stört euch das oder eure Partnerin das eher oder ist das angenehm für euch? Ja, wenn sowas passiert, also muss ich echt sagen, das passiert nicht so oft und ist derzeit auch noch überhaupt kein Problem. Also wenn wirklich jemand kommt, es passiert, aber wie gesagt, nicht so oft, dann macht man das natürlich. Also ein Foto, Autogramm und dann ist auch, ist die Sache schon wieder geschehen, ist ja kein Problem. Ich würde sagen, wenn man jetzt so einen Status hat wie der Andreas Gabalier, dann kann das natürlich vielleicht schon, also kann ich mir zumindest vorstellen, dass das manchmal etwas nervt, wenn das dauernd geschieht, aber da machen wir uns jetzt noch keine Sorgen. Also bei uns läuft das alles noch im grünen Rahmen und wir freuen uns natürlich über jedes Foto und über jedes Autogramm. Was war, wenn ihr zurückdenkt, denn euer peinlichstes Erlebnis, wo ihr zum Beispiel heute drüber lacht? Hm, peinlich. Ich, normalerweise ist uns gar nichts peinlich. Nee, das gibt es bestimmt die ein oder andere peinliche Situation oder hat es bestimmt schon einige davon gegeben. Ich tue mir ganz schwer mit Namen. Ja, und da kommt man dann schon öfters in peinliche Situationen. Normalerweise schaffe ich das ganz gut, das irgendwie zu überspielen, aber es funktioniert halt nicht immer und das ist so eine kleine Schwäche von mir und da kann es auch schon mal peinlich werden. Ihr habt jetzt gleich einen Auftritt bei der Schlagerparty beim Don Camillo in Kniddelfeld und deshalb möchte ich euch natürlich nicht länger aufhalten, möchte mich aber an dieser Stelle recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um unseren Hörern von DiscoFox FM Rede und Antwort zu stehen und wir wünschen euch natürlich viel Erfolg gleich beim Auftritt und vor allem ein tolles Publikum und ich sage einfach mal Danke an Wolfgang und Christian von Herztattoo und hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja, lieber Mick, vielen, vielen Dank für die Einladung, für dieses tolle Gespräch. Uns treibt es jetzt schon auf die Bühne, das Publikum wartet schon. Jetzt geht es weiter hier in Kniddelfeld mit der Herztattoo Show. Schade, dass ihr das nicht verfolgen könnt, aber DiscoFox FM spielt uns ja immer fleißig. Vielen, vielen Dank für diese Unterstützung. Haltet die Ohren steif, lieber Mick, wir sehen uns, liebe Hörer. Ciao, bis zum nächsten Mal. DiscoFox FM Hier ist dein Webradio für Musik mit Gefühl.